Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotodrauf, dem Agila-Podcast. Weihnachten steht direkt vor der Tür, morgen ist bereits Heiligabend und wir freuen uns, euch für die Feiertage noch einmal neuen und spannenden Hörstoff mitzugeben. In der letzten Folge des Jahres soll es passend zu den mit Leckereien gespickten Feiertagen um das Thema Übergewicht bei Hunden und Katzen gehen. Damit wir dazu Tipps von einer Expertin erhalten, habe ich mir meine Kollegin und Tierärztin Melanie Ahlers eingeladen, die ihr schon aus einigen anderen Folgen kennt. Melanie, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Leider ist Übergewicht mittlerweile nicht nur unter Menschen weit verbreitet, sondern wird auch bei Hunden und Katzen zu einem immer größeren Problem. So ist zumindest mein Eindruck. Stimmt das denn eigentlich, Melanie? Ob das Problem immer größer wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren ist es ein großes Problem. Das stimmt. Man spricht davon, dass jedes dritte oder sogar manchmal jedes zweite Tier, je nachdem in welchen Ländern man sich quasi aufhält, also es gibt die Studien, die sind meistens eben über mehrere Länder wie England, USA, Deutschland und so weiter verteilt. Und ja, 30 bis 50 Prozent aller Tiere, Hunde wie Katzen, werden als übergewichtig beschrieben. Das ist natürlich schon ganz schön krass. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Hunde wie Katzen. Also gibt es da in der Häufigkeit, was das Übergewicht angeht, nicht unbedingt einen Unterschied? Nein, also zumindest in der Gesamtübersicht, wenn man sich dann, da kommen wir aber ja später nochmal zu, wenn man sich dann die einzelnen Tiere anguckt, zum Beispiel Wohnungskatzen versus Freigängerkatzen, dann sieht man da schon einen Unterschied. Aber ja, man kann sagen, Katzen sind genauso betroffen wie Hunde leider. Und ab wann gilt denn ein Hund oder eine Katze als übergewichtig? Und wann spricht man vielleicht sogar von Fettleibigkeit? Also beim Hund spricht man ab 10 Prozent über dem Idealgewicht von einem Übergewicht und ab 20 Prozent Gewichtszunahme über dem Normalgewicht oder Idealgewicht für dieses Individuum spricht man von Fettleibigkeit. Bei der Katze gibt es da eine Zahl, das sind eben diese 15 Prozent. Also kann man über den Daumen sagen, wenn das Tier 15 Prozent mehr wiegt, als es eigentlich wiegen sollte, dann ist es adipös oder fettleibig. Nun ist das natürlich gar nicht so einfach tatsächlich, weil man weiß ja gar nicht unbedingt, wie das Idealgewicht genau ist. Das unterscheidet sich ja manchmal innerhalb der Rasse, manchmal natürlich aber auch erstmal zwischen den Tierarten an sich. Also Hunde und Katzen wiegen natürlich loserweise nicht gleich, aber auch ein Chihuahua, der wiegt nicht gleich viel wie ein Mastiff. Da sind doch ein paar Potenzen dazwischen. Von daher, genau, muss man da einfach genau gucken, was ist denn überhaupt das Idealgewicht? Und ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ja, wie fällt denn überhaupt auf, dass ein Hund oder eine Katze zu dick ist? Also gibt es zum Beispiel sowas wie einen Body Mass Index, den es ja auch für Menschen gibt, wobei der ja auch so ein bisschen angezweifelt wird, aber es gibt ihn ja. Genau, wie kann ich das erkennen, dass mein Tier gegebenenfalls zu dick ist? Genau, also man kann schon erstmal innerhalb, man kann sich schon erstmal die Gewichtsangaben anschauen, die die Zuchtverbände beispielsweise vorgeben. Dann hat man schon mal so eine grobe Richtschnur. Gerade wenn es so um die Entwicklung geht, da ist es ja auch besonders wichtig, dass die Tiere nicht übergewichtig sind, also im Wachstum, dass man eben schaut, okay, für diese Zuchtlinie ist dieses und dieses Idealgewicht am Ende vorgeschrieben oder ist eben verbreitet. Und dann guckt man eben, über welche Stufen das erreicht wird und wiegt das Tier. Also das ist schon eine Möglichkeit, die es eben gibt natürlich. Aber Gewicht ist eben nicht gleich Gewicht, das kennen wir vom Menschen auch, dass eben beispielsweise Muskulatur einfach mehr wiegt als Fett. Sprich, ein Hund, der gleich groß ist, kann schwerer sein, wenn er sehr sportlich und muskulös ist, als eben wenn er ein bisschen zu dick ist. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen andere Punkte suchen, abgesehen vom Gewicht. Und das ist der sogenannte Body Condition Score. Also der Body Condition Score ist das, was man beim Tier hauptsächlich einschätzt. Und da bedient man sich eben seiner Sinne. Also man schaut sich das Tier gut an und man fühlt das Tier ab. Zum einen geht es darum, zu gucken, wie ist die Körperkontur. Also sehe ich zum Beispiel, wenn ich von oben auf das Tier drauf schaue, sehe ich eine Taille oder wenn ich von der Seite auf das Tier drauf schaue, sehe ich, dass die Bauchlinie so nach hinten Richtung Popo nach oben geht. Oder ist es quasi eine Plauze, wo wirklich der Bauch fast parallel zum Boden verläuft. Dann findet man da auch bei idealgewichtigen Tieren, findet man da in dem Bereich der Flanke dann auch so eine richtig schöne Hautfalte. Und bei etwas zu dicken Tieren ist die dann eben ausgefüllt mit Fett und man hat da wirklich so ein Bäuchlein. Auch andere Knochenvorsprünge sind da relevant. Zum Beispiel, wenn man die Rippen, wenn man über den Brustkorb fährt, leicht fühlen kann, dann ist das ideal. Wenn man sie nicht mehr fühlen kann oder nur mit Druck, dann ist da ein bisschen zu viel Fett drauf. Wenn man sie schon aus der Ferne sehen kann, ist es allerdings zu wenig. Das kann natürlich auch ein Problem werden. Jetzt hat ja nicht jeder zu Hause A, also viele haben zu Hause gar keine Waage mehr. B, kann nicht jeder sein Tier hochnehmen, weil es eben nicht nur drei Kilo wiegt oder meinetwegen noch zehn. Und manche Tiere lassen sich auch nicht gern hochheben. Das heißt, wo und wie kann man denn regelmäßig sein Tier wiegen gehen? Also zum einen kann man natürlich beim jährlichen Tierarztbesuch, also wenn man eben zur Vorsorge geht oder zur Impfung, kann man natürlich dort sein Tier wiegen lassen. Wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie herrschen würde, würde ich sagen, man kann auch so mal zwischendurch in der Praxis vorbeischauen und sich auf die Waage stellen. Das wird jetzt im Moment ein bisschen schwierig. Wo das aber geht, ist bei Tierbedarfshandel. Da haben auch einige Wagen im Eingangsbereich stehen. Und das kann man auch machen. Ja, du hast eben das Hochheben schon erwähnt. Bei kleineren Hunden und auch bei Katzen kann man sich natürlich mit Tier und dann ohne Tier auf die Waage stellen, wenn das Tier selbst nicht gerne auf der Waage Platz nimmt. Und bei sehr kleinen Tieren gibt es die Herausforderung, dass ja auch schon kleine Gewichtsveränderungen sehr wichtig sind. Also ich sage mal so, wenn so ein Chihuahua ein halbes Kilo zunimmt, ist es halt für den relevanter, als wenn eine Dogge ein halbes Kilo zunimmt. Sprich so feine Veränderungen, die man auf einer Personenwaage vielleicht gar nicht sieht, sind dann trotzdem interessant. Da kann es sich manchmal lohnen, wirklich das Tier mit einer Schüssel oder so, das macht man bei Welpen auch so, auf eine Küchenwaage zu platzieren und da das Gewicht zu nehmen. Genau. Und bei der Katze, auch die lässt sich ja manchmal nicht so gern hochnehmen, ist jetzt vielleicht auch nicht die stressfreiste Option, aber kann man natürlich die Katzenbox mit und ohne Katze auf die Waage stellen. Das geht auch. Du hattest ja jetzt schon ein bisschen was zum Thema Optimalgewicht, also Gewicht an sich gesagt, dass das eben sehr individuell auch sein kann. Kann ich denn irgendwie zum Beispiel mit dem Tierarzt oder der Tierärztin sprechen, was vielleicht das Optimalgewicht wäre? Also gibt es da irgendeinen Rat oder kommt es wirklich vielleicht weitaus mehr darauf an, wie das Tier aussieht? Also es gibt da eben schon einen Rat, aber es gibt eben schon für bestimmte Zuchtlinien eben, wie gesagt, so Gewichtsspannen. Also Züchter wären eben ein Ansprechpartner, Tierärzte und Tierärztinnen sind ein Ansprechpartner. Nicht immer ist es ja auch ein Zuchttier. Da muss man sich dann so ein bisschen, da muss man dann manchmal so ein bisschen grob schätzen, beziehungsweise sich eben das Geburtsgewicht oder das Weltengewicht anschauen. Und anhand dessen kann man dann sich auch ein bisschen herleiten, okay, wie müsste die Entwicklung sein? Und auch in der Fachliteratur gibt es natürlich Zahlen darüber. Aber es ist, ja, es ist halt schwierig. Ich meine, eine Maine Coon mit acht Kilogramm Körpergewicht kann vollkommen normalgewichtig sein, während eine europäische Kurzhaar damit schon deutlich zu dick wäre. Also es ist doch wirklich sehr wichtig, immer auf die Statur zu schauen und zu fühlen. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich so das, was ich euch am meisten mit an die Hand geben möchte, wenn ihr tatsächlich seht, dass euer Hund gerade oder eure Katze eine super Figur hat oder eine super Statur, weil sie gerade noch irgendwie drei Jahre alt und munter und vielleicht sogar noch unkastriert ist, dann merkt euch das. Also schaut mal, wie viel wiegt das Tier jetzt? Wie sieht es jetzt aus? Macht vielleicht ein Foto? Nehmt das so ein bisschen als Richtschnur für den weiteren Verlauf im Leben, wenn eben doch Faktoren dazukommen, die auf das Gewicht einen Einfluss nehmen können. Und das ist eigentlich so, finde ich, ganz schön, dass man dann weiß, okay, in diesem Zustand möchte ich für mein Tier behalten. Jetzt hast du es gerade selber schon ganz kurz angesprochen, nämlich Faktoren, die da einen Einfluss haben können. Wodurch entsteht denn Übergewicht bei Hunden und Katzen? Also, na klar, wahrscheinlich durch zu viel Futter natürlich. Aber gibt es auch organische Faktoren, die das Risiko zum Beispiel verstärken? Also sind manche da irgendwie stärker prädestiniert? Oder spielt das Alter eine Rolle? Oder gibt es rassesspezifische Unterschiede auch von der Prädisposition vielleicht? Ja, du hast eigentlich schon einige Sachen genannt. Grundsätzlich gilt natürlich immer, sobald die Energieaufnahme größer ist als die Energieabgabe, muss die in der überschüssigen Energie irgendwo hin und dann wird sie eben als Fett gespeichert. Bei jungen Tieren werden eben auch noch wirklich Fettzellen mehr gebildet, während bei älteren Tieren wirklich diese dann nur noch mit Fett gefüllt werden, sozusagen. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn eben diese Veranlagung, also schon mehr Fettzellen da sind, dann fällt es manchmal auch noch schwerer, später dann wieder von Übergewicht runterzukommen, weil einfach ja noch mehr Speicherkapazität dann vorhanden ist. Sprich, was das angeht, ist natürlich der Hund und die Wohnungskatze vor allem sehr stark vom Menschen abhängig, denn der füttert das Tier und der bewegt auch das Tier. Nichtsdestotrotz gibt es einige prädisponierende Faktoren. Da hattest du jetzt eben schon gesagt, die Rasse, also der typische Labrador oder auch Beagle, die neigen einfach dazu, viel zu fressen und auch nicht aufzuhören, wenn sie satt sind. Dann spielt der Kastrationsstatus eine Rolle. Es ist noch nicht hundertprozentig geklärt, warum das der Fall ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass kastrierte Tiere eher zu Übergewicht neigen, weil sie sich eventuell weniger bewegen, weil der Energieumsatz nicht mehr so hoch ist. Also das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der diskutiert wird. Das Alter spielt eine Rolle. Im Alter nimmt die Bewegung die Bewegung einfach auch ab. Bei Hunden spricht man so ab sieben Jahren von einem erhöhten Risiko. Das ist natürlich auch immer unterschiedlich von Rasse zu Rasse. Größe und große Hunde altern ja schneller als kleine. Aber das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und da sind wir noch mal so ein bisschen wieder beim Besitzer. Es ist tatsächlich auch in Studien nachgewiesen, dass es BesitzerInnen schwerfällt, auch zu erkennen, dass das Tier übergewichtig ist. Also warum das so ist, ist noch nicht ganz klar. Aber es ist tatsächlich so, dass man immer wieder auch in der Praxis merkt, okay, für mich ist das jetzt als Tierärztin gerade eindeutig. Die BesitzerInnen ist aber völlig schockiert in dem Fall. Ist ja auch ein sensibles Thema. Von daher kann ich das gut verstehen, dass man da denn schockiert ist. Aber es ist auch so spannend zu sehen, wie die Wahrnehmung sich da eben unterscheidet. Und zu guter Letzt natürlich auch Krankheiten können eine Rolle spielen bei der Entwicklung von Übergewicht. Ich denke da zum Beispiel an orthopädische Probleme, die dafür sorgen, dass das Tier sich eben nicht mehr so gerne oder so viel bewegt. Aber auch hormonelle Probleme, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, kann dahinter stecken. Wenn jetzt mein Hund auf einmal zunimmt, obwohl sich eigentlich sonst nichts im Leben geändert hat, dann sollte man auf jeden Fall hellhörig werden und eine Tierarztpraxis aufsuchen. Und welche Auswirkungen kann jetzt Übergewicht auf die Gesundheit des Tieres oder der Tiere haben? Das wird ja sicherlich einige Punkte geben, die da nicht so positiv sind. Ja, es ist tatsächlich so, dass Fettzellen bestimmte Stoffe freisetzen, die im Körper, und zwar systemisch, also im ganzen Körper, eine chronische Entzündung auslösen. Das führt zum einen dazu, vom Menschen weiß man das, dass sich das Individuum dann irgendwie chronisch krank fühlt, also immer nicht so ganz wohl fühlt, weil einfach ständig überall im Körper irgendwas los ist. Aber es manifestiert sich natürlich auch an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel haben übergewichtige Tiere häufiger mit Gelenksentzündungen zu kämpfen. Sie haben Verdauungs- und Fruchtbarkeitsstörungen. Hautkrankheiten stehen ganz oben auf der Liste. Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes mellitus durch eine Insulinresistenz. Also die Liste an Krankheiten ist lang. Das waren einige Beispiele. Und es gibt sogar Studien, in denen Wurfgeschwister untersucht wurden in Bezug auf, okay, wie ist der Gewichtsverlauf im Laufe des Lebens und wie lange leben sie? Und da wurde eben deutlich gezeigt, dass übergewichtige Tiere nicht so alt werden wie ihre Geschwister, die eben Normalgewicht haben. Und das ist schon ein ganz schöner Kracher, finde ich. Also deswegen, es ist, man sagt wirklich, also ein starkes Übergewicht bei Tieren ist tierschutzrelevant. Deswegen sind wir auch aufgerufen, einfach darauf, also wir als Tierärztinnen und Tierärzte, aufgerufen, darauf hinzuweisen. Ja, das sind auf jeden Fall sehr krasse und negative Auswirkungen. Und ich meine, niemand möchte sicherlich gerne, dass sein Tier früher stirbt. Von daher sollte man dann sicherlich was dagegen unternehmen, wenn das Tier dann eben schon Übergewicht hat. Und da ist dann jetzt die nächste Frage, mit welchen Maßnahmen und Methoden verlieren die Vierbänder dann ihre Kilos. Also was muss ich da vielleicht bei, also eine Diät ist dann ja offensichtlich, was muss ich da berücksichtigen? Kommt es dann nur auf die Menge an oder geht es zum Beispiel auch um die Art des Futters? Ja, ich sage mal, der erste Punkt, das hatte ich ja eben schon genannt, ist, dass man überhaupt erst mal erkennt, dass das Tier eben übergewichtig ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da geht es ja auch in keinem Fall um irgendeine Schuldzuweisung, weil, wie gesagt, gerade bei so einem Labrador, der einfach nicht satt wird, da kann man als Mensch teilweise, muss man wirklich hart daran arbeiten, dass das Tier dann nicht zunimmt. Also von daher, da sollte man sich jetzt nicht irgendwie den schwarzen Peter zuschieben, sondern einfach das annehmen und dann eben dagegen vorgehen. Und ich sage mal, der erste Schritt ist so ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen. Natürlich, Diät und Bewegung spielt auch eine Rolle, komme ich gleich noch zu, aber mir ist ganz wichtig, dass man am Anfang, im ersten Schritt, gerade bei leichtem Übergewicht, erst mal guckt, wo kommt denn das überhaupt her? Also einmal, dass ich schaue, okay, wie viel bewege ich mich wirklich mit meinem Hund oder wenn ich eine Wohnungskatze beispielsweise habe, meine Bestandsaufnahme in der Wohnung, wie viel kann sie sich denn jetzt hier eigentlich bewegen, kann sie hier rumspringen, hat sie irgendwie mehrere Ebenen, spiele ich mit ihr auch mehrmals über den Tag verteilt oder eher nicht, dann ist das schon mal was, wo dann später ein Hebel wäre, was man ändern kann. Und natürlich auch die Futteraufnahme protokollieren. Wenn ich jetzt beim Hund an den Hund denke und ich habe jetzt ein Futter und da steht drauf, der kriegt davon am Tag, weiß ich nicht, 300 Gramm oder 200 Gramm und dann fülle ich das, fülle ich da morgens 100 Gramm, ab und abends 100 Gramm, tue die in den Napf und aber nebenbei kriegt er noch hier einen Zahnstick und da kriegt er noch ein paar Leckerchen, wenn er zweimal Sitz macht und Oma steckt dann auch noch was zu und beim Sitter kriegt er vielleicht aus Versehen eine Extraportion. Also es gibt halt viele Quellen, an die man gar nicht sofort denkt oder die man eben gar nicht berücksichtigt, wenn es um die Fütterung geht. Sprich, man kann auch da gerade bei leichtem Übergewicht vielleicht einfach einen Hebel finden, wenn man irgendwie die Bewegung einfach ein bisschen erhöht und die Snacks zwischendurch ein bisschen reduziert oder schaut, dass man zumindest die von der Gesamtration am Tag abzieht oder vielleicht auch wirklich nur noch das eigene Futter als Snacks verwendet, dann kann man da schon mal ganz viel machen bei leichtem Übergewicht. Das ist nämlich ganz spannend. Es ist tatsächlich nachgewiesen, dass Snacks, abgesehen davon, dass sie eben manchmal dann noch kalorienhaltiger sind als das normale Futter, dass eben dieser Geschmacksreiz, dadurch, dass es ein anderer Geschmack ist als das normale Futter, dass der eben kurzfristig dazu animiert, mehr Energie aufzunehmen. Also ich beobachte das bei meiner Hündin Else tatsächlich manchmal, wenn ich, sie ist ja leider ein etwas mekeliger Fresser und dafür auch nur dieses eine Futter und bestimmte Leckerlis dazu. Und wenn ich da mal eins gebe zwischendurch, dann sorgt das manchmal dafür, dass sie dann ihre morgendliche Portion auch mit auffrisst. Also es ist irgendwie so ein Reiz, okay, jetzt habe ich schon mal angefangen und dann esse ich dann eben auch von meinem normalen Futter vielleicht noch ein bisschen mehr. Genau, also das so zum Thema Bestandsaufnahme. Dann der nächste Schritt, eben den Energieverbrauch erhöhen. Das sollte man auf jeden Fall mit Bedacht angehen, gerade wenn Erkrankungen dahinter stecken oder vielleicht sogar dadurch schon entstanden sind. Also wenn die Gelenke schon überbelastet sind, dann kann ich jetzt nicht von 0 auf 100 anfangen, Agility zu betreiben. Aber gerade bei Hunden wäre es denn schön oder ist es dann schön, wenn man sich vielleicht was sucht, was Herrchen, Frauchen und dem Hund Spaß macht, wo man eben langsam zusammen sich mehr bewegt. Und gegebenenfalls kann sogar eine Physiotherapie dabei unterstützen. Also da gibt es eben auch Untersuchungen, dass das die Erhöhung, also dass das die Beweglichkeit wieder erhöht und dadurch eben auch zu mehr Motivation wiederum führt. Genau, und dann hattest du ja schon angesprochen, die Diät, ein Grauswort. Gerade bei Katzen ist es ganz wichtig, nicht einfach das Futter reduzieren. Da kann es zu Stoffwechselstörungen kommen und die Leber leidet darunter. Also das ist wirklich lebensgefährlich. Eine Katze, die nicht frisst, das ist einfach ein No-Go. Man sollte Diäten gerade bei starkem Übergewicht und eben auch gerade bei Katzen bitte mit der tierärztlichen Praxis zusammen durchführen und gut monitoren. Man möchte mit der Diät ungefähr ein bis zwei Prozent Gewichtsreduktion pro Woche erreichen. Das ist nicht viel. Also es ist eben eine stetige Abnahme. Aber das ist besser, als wenn man eben eine Hauruckaktion macht und da irgendwie der Körper darunter leidet. Ja, und wie macht man das jetzt? Also man muss tatsächlich das Futter schon reduzieren und man geht da immer in Richtung des Idealgewichts. Also man sagt, okay, ich füttere nur noch 60 Prozent des Futters für das Idealgewicht, das ich erreichen möchte. Also es ist schon eine knackige Reduktion und deswegen gerade bei gefräßigen Hunden ist das gar nicht so leicht, weil dann habe ich ständig einen sabbernden, hungrigen, bettelnden Hund neben mir, der ja auch leidet. Also das macht, also der hat dann ja auch Stress, wenn er auf einmal nichts mehr zu essen kriegt. Von daher gibt es da so ein paar Tricks. Also es gibt eben Futtermittel, die energiereduziert sind, dann muss man vielleicht nicht ganz so krass reduzieren, wo aber trotzdem eben die wichtigen Nährstoffe auch enthalten sind, weil gerade hochwertige Futter tatsächlich als Hauptenergieträger oder als großen Energieträger Fett haben. Ist ja eine super Energiequelle, ist aber eben auch, ja, setzt eben einfach leichter an. Also Auswahl des Futters, weniger Fett im Futter, dafür vielleicht, also es gibt eben welche, die auch so Faserstoffe enthalten, das macht dann quasi satt, kommt dann aber auch am Ende hinten halt wieder raus, also nicht wundern, falls dein Vierbeiner dann mehr Kot absetzt als sonst, aber dafür ist er wenigstens nicht ständig hungrig. An Snacks, also je nach, je nach Verträglichkeit, dann eben auch fettarme Snacks füttern, weiß ich nicht, vielleicht eher mageres Hühnchenfleisch oder so, dann mal parat haben oder mal ein bisschen Magerquark oder so, es gibt ja schon einige Sachen, die eben nicht so viel Fett enthalten, die trotzdem die Tiere lecker finden. Ja, und in Härtefällen kann man beim Hund sogar Medikamente einsetzen, aber das ist dann wirklich so Last Choice. Ja, okay, also du hast es eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, wenn man, es ist ja nicht so einfach, auch konsequent zu bleiben, ich denke mal, als Tipp dazu war dann vor allem auch sowas wie den Magerquark vielleicht nochmal zwischendurch zu geben und also damit der Hund beschäftigt ist oder glücklich ist oder was auch immer, aber trotzdem nicht so viel Energie aufnimmt und auch was die Hilfe angeht, wenn man eben Hilfe braucht, ja, dann wird es wohl die Tierarztpraxis sein. Gibt da aber, glaube ich, auch bestimmte Ernährungssprechstunden, kann man wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen? Also es gibt tatsächlich auch Tierärztinnen und Tierärzte, die sich explizit auf Tierernährung spezialisiert haben, also das ist natürlich eine super Anstattlaufstelle. Ich weiß auch, dass es sowas auch online gibt, also so Ernährungsberatungen durch Tierärztinnen und Tierärzte, da muss man natürlich schauen, gerade wenn da was Gesundheitliches dahinter steckt, dann sieht man das aus der Ferne natürlich nicht, aber ich sage mal so, um einen vielleicht vorgefassten Diätplan umzusetzen, wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wenn man eben, ja, nicht immer in die Tierarztpraxis es schafft. Ansonsten ist es aber tatsächlich wahrscheinlich ähnlich wie eine Menschendiät, dass man sich einfach realistische Ziele setzt, eben zusammen mit dem Tierarzt und diese dann eben auch verfolgt, also dass man eben regelmäßig das Gewicht dann kontrolliert und die kleinen Erfolge dann auch feiert, halt nicht mit einer Riesenportion Leberwurst, sondern Magerquark oder mit einem Extraspieleinheit und vielleicht auch, dass man sich irgendwie Verbündete sucht. Also ich meine, wenn ich sage, jedes dritte Haustier, also jeder dritte Hund, jede dritte Katze, ist zu dick, vielleicht kann ich mir, ist dann in meinem Bekanntenkreis jemand, dem es ähnlich geht und warum sich nicht zusammentun und eine neue Sportart ausprobieren oder neue Spielideen für die Katze entwickeln, ja, die Battle-Skala zusammen entwickeln und bei wem es gerade schlimmer ist oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, dass man da schon einige Möglichkeiten hat, um sich ein bisschen Unterstützung zu suchen und eigentlich, wenn man sich mehr mit seinem Tier beschäftigt und einfach auch weiß, dass man dem Tier, ja, dass man sich einfach bewusst macht, ich tue meinem Tier einfach mit mehr Aufmerksamkeit, vielleicht mehr was Gutes als mit einem Stückchen Leberwurst oder so, dass man sich das bewusst macht, dass man eigentlich damit mehr was für sein Tier tut, als wenn man dem eben jetzt mehrere Snacks gibt über den Tag. Ja, normalerweise sollte es ja eben erst gar nicht zu Übergewicht kommen. Wie kann ich denn als Halter in sicherstellen, dass das eben nicht zum Problem wird? Genau, also diese Gewichtsempfehlungen, das hatten wir ja ganz am Anfang schon besprochen, da würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, dass man sich da so ein bisschen daran hält. Was halt ganz wichtig ist, dass man sich gut informiert über die Fütterungs- und Bewegungsbedürfnisse dieses individuellen Vierbeines. Also ich sag mal so, mein Wishter, der will halt nicht so viel fressen und will sich ganz viel bewegen, deswegen habe ich da dieses Problem jetzt nun zum Glück nicht. Aber wenn ich eben weiß, ich habe einen Hund, der dazu neigt, zu viel zu fressen, dann muss ich eben schauen, dass ich die Portionen wirklich genau abwiege und dass ich mir dann eben auch für die Leckerchen aus dieser abgewogenen Portion eben auch die Snacks rauspicke. Oder bei Katzen, bei Katzen ist es ja so, das sind ja sogenannte Snackfresser. Das heißt, die fressen, wenn sie, oder sie würden, wenn sie könnten, acht bis zwölf Mäuse am Tag fressen und dazwischen eben auch dafür auf die Jagd gehen und verbrennen entsprechend. Das ist natürlich bei einem normalen Arbeitsalltag schwierig umzusetzen, dass man die Katze acht bis zehnmal kleine Portionen am Tag füttert. Dementsprechend machen das viele HalterInnen auch völlig zu Recht, dass sie sagen, okay, ich stelle den Napf hin voll mit der Tagesration und dann nimmt sie sich schon, was sie braucht. Das funktioniert bei einigen Katzen sehr gut. Andere fressen sofort in einer Portion auf und man ist dazu geneigt, nachzufüllen. Also da auch da das Tier beobachten, wie ist denn das Fressverhalten, hört es von alleine auf, wenn es satt ist. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss ich da einfach ein bisschen mehr regulierend eingreifen und eben auch alle, die mit dem Hund oder der Katze zu tun haben, darüber ein bisschen briefen und sagen, hey, so geht's nicht, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Auch die Auswahl des Futters, hatte ich ja eben schon gesagt, hochwertige Futter sind natürlich super, haben aber auch oft einen hohen Energiegehalt, also dementsprechend wirklich an die Angaben halten und eben gut beobachten. Also wenn es, wenn sich die Statur ändert, wenn sich das Gewicht ändert, obwohl man nichts verändert hat oder gerade weil man was verändert hat, wenn man vielleicht ein neues Futter füttert und man macht irgendwie genauso viel, weil der Hund muss ja satt werden, dass man dann eben schaut, okay, vielleicht ist das Futter nicht so, ist es nicht passend und ich muss ein bisschen mehr, muss da ein bisschen runtergehen mit der Menge. Also beobachten, wirklich an diesem Body Condition Score, also als Tipp, wenn man das im Internet eingibt, kriegt man sofort tausend Grafiken dazu rausgeschmissen, an denen man sich wirklich gut orientieren kann. Das ist wirklich, ja, also da kann man wirklich ganz gut den Idealzustand erahnen und den eben auch dann behalten. Besteht denn jetzt gerade im Winter ein erhöhtes Risiko für, also dass Tiere übergewichtig werden, weil, ja, Winterzeit, man ist vielleicht mehr drin, man bewegt sich weniger, es gibt vielleicht noch mehr Snacks, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Ja, gibt es, oder gibt es allgemein bei den Jahreszeiten irgendwelche Unterschiede? Ja, die gibt es, aber ich glaube, die haben mit dem Tier an sich jetzt nicht so viel zu tun, wobei natürlich, wenn ich jetzt an so freilebende Tiere denke, die viel draußen sind, die bräuchten natürlich schon so ein bisschen im Winter eine Speckschicht, aber ich sag mal so, unsere drin lebenden Tiere brauchen die eigentlich nicht und das Gute ist ja, dass die eigentlich gar nicht wissen, dass Weihnachten ist. Das wissen ja nur wir. Sprich, wenn wir denen das gar nicht erzählen und denen vielleicht immer nur ein bisschen mageres, gekochtes Putenfleisch, wenn überhaupt, vom Braten abgeben, ja, dann denke ich, ist da jetzt nichts, nichts Schlimmes zu erwarten und ja, natürlich, wenn es so kalt ist, geht man nicht so gerne raus, vielleicht geht auch die Freigängerkatze dann nicht so gerne raus, sprich, das ist natürlich ein Risiko, also wenn der Energie, die Energieabfuhr sozusagen da an dem Fall reduziert ist, dann müssen wir da natürlich ein bisschen aufpassen, vielleicht muss man sogar ein bisschen das Futter reduzieren, wenn das der Fall ist. Auf der anderen Seite können wir auch einfach unseren Vierbeiner dicker einpacken und trotzdem schöne Spaziergänge machen oder eben für unseren Freigänger uns ein paar Spielmäuse besorgen, damit die Jagd nachgeahmt wird. Ich glaube, da hat man eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dass auch im Winter das Idealgewicht bestehen bleibt. Ich glaube, das fällt den Tieren leichter als uns. Aber wie du es gerade schon sagst, und das ist ja auch logisch, die Tiere sind halt auf uns angewiesen, dass wir das einfach ermöglichen. Also man muss, also als Besitzerin muss man selber halt motiviert bleiben und darauf achten und wenn man jetzt merkt, meine Freigängerkatze geht jetzt weniger raus, weil sie möchte halt einfach nicht mehr so viel raus im Winter, dann wird sie sich offensichtlich weniger bewegen. Da muss ich entweder eben mit der Tierarztpraxis sprechen und das Futter minimal reduzieren oder ich muss eher halt drinnen mehr Bewegung geben und genauso, es wird auch Hunde geben, die eben bei Kälte nicht so gerne rausgehen und selbst wenn man sie dick einpackt oder überhaupt oder auch wenn man selber sagt, ja, wir machen jetzt lieber noch drei kleine Spaziergänge, aber da muss man eben drinnen dafür sorgen, dass die Tiere sich noch ausreichend, also ausgelastet werden im Kopf, aber ja, auch körperlich, bei Hunden ist das drinnen körperlich ja ein bisschen schwieriger, es sei denn, man hat super viel Platz, aber das haben ja, glaube ich, jetzt die wenigsten so viel Platz, dass der Hund da drin noch rumlaufen, wild rumlaufen und toben kann. Das heißt also, am Ende hängt es an den Besitzerinnen und Besitzern dafür zu sorgen, dass weder im Winter noch irgendwann was passiert. ja, leider, leider ja. Also es gibt tatsächlich, also es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass einige Rassen, die können das einfach besser als andere, die merken, dass es selbst, wenn man denen dann fettreicheres Futter gibt, dann fressen die da auf einmal weniger von. Also das geht. Also theoretisch ist der hormonelle Prozess im Körper so ausgereift, dass die Appetitregulation top funktioniert, aber bei einigen funktioniert es aber das ist ja gut, dass wir dann da zur Stelle sein können und da unterstützen können. Genau, ja, sowohl die Tierärztinnen und Tierärzte als auch eben, ja, die Verantwortung liegt bei den Besitzerinnen und Besitzern und selbst wenn jetzt es nicht am Futter liegt, sondern an irgendwelchen körperlichen Begebenheiten der Tiere, haben wir jetzt auch gehört, da muss man eben auch da entsprechend drauf achten. Hast du sonst noch irgendwas, was du als Tipp, sage ich mal so, zum Schluss noch mit auf den Weg geben möchtest? Als Tipp, also ich, ich habe letztens vielleicht noch so eine lustige Anekdote zum Schluss, die ist gleichzeitig lustig und traurig. Ich habe letztens einen Artikel gelesen in der Zeitung über einen Dackel, der, da hat man schon anhand des Gewichts gesehen, der wog über 30 Kilo, dass der nicht so ganz normalgewichtig sein kann und letztendlich war es so, dass die Beine den Boden leider nicht mehr berührten und mit dem Schwanz konnte er auch nicht mehr wedeln. Also, das ist auf jeden Fall mein Appell an alle. So weit sollte es doch nicht kommen, sondern eigentlich sollten unsere Vierbeiner doch immer freudig auf uns zulaufen können mit wedendem Schwanz oder bei Katzen mit erhobenem Schwanz. Das ist doch für uns alle eigentlich das Schönste und eigentlich ist es ja, wenn man es ganz rational betrachtet, das Einfachste von der Welt. Wir schaffen das schon. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Schlusswort auf jeden Fall und diesen Appell. Das ist auf jeden Fall ein, ja, ein bisschen lustiges, aber eigentlich vor allem trauriges Beispiel. Da fragt man sich auch, wie das überhaupt passieren konnte. Aber gut, soweit wollen wir es auf jeden Fall alle nicht kommen lassen und ja, ich denke mit den vielen, vielen Infos und Tipps, die du jetzt hier rund um dieses Thema gegeben hast, können sowohl unsere HörerInnen als auch ich konnte wieder sehr viel noch mitnehmen. Ich habe ja mit Sula tatsächlich auch häufiger mal das Problem, dass sie ein bisschen zu dick ist und es ist gar nicht so einfach. Deswegen, ja, kann ich da total aus eigener Erfahrung sprechen, sie da wieder runterzukriegen, denn sie gehört irgendwie nicht zu finden. Ich finde, sie hat ja schon ganz gut abgenommen. Also von daher. Genau, sie hatte abgenommen, jetzt sieht es wieder nicht so gut aus. Aber ja, wir arbeiten dran und wir haben das im Blick, denn ja, sie sollen natürlich auch lange leben und immer gesund sein. Auf unserer Website findet ihr einen Bewegungstracker, mit dem wir die Auslastung, also auch natürlich die Bewegung eurer Hunde und Katzen das ganze Jahr über dokumentieren und damit auch eben immer im Blick behalten könnt. Das PDF gibt es unter www.aguila.de slash Bewegungstracker. Ich packe euch den Link aber auch noch in die Shownotes. Und in unserem Online-Magazin gibt es zudem auch noch einige Artikel über Diät von Hund und Katze. Da findet ihr die Links dann ebenfalls in den Shownotes oder ihr nutzt einfach die Suchfunktion auf unserer Website. Ja, dann erst nochmal vielen, vielen Dank Melanie für die vielen Tipps. Schön, dass du dabei warst. Ja, sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich euch wunderschöne und entspannte Weihnachtsfeiertage mit euren liebsten Zwei- und Vierbeinern und natürlich auch schon einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Wir hören uns dann im neuen Jahr. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik